moin zum eck mit vdh muss doch gespürt werden ls 15 bettungshof korte ja ich habe jetzt hier den röben ernte und den tue ruder beide an arbeit ich wollte ja jetzt auch noch sehen ob ich hier viele schnochen hat es hätte nur noch und wir nicht wieder und heißt auch hier oben btl aber richtige grund weg naja muss ich noch weg die dort ja auch nicht du bist noch mal dran wieso kannst du nicht achten bremsen in die weihnachtsbackerei gibt so manche kleierei weihnachtsbackerei ja du schaffst das du wohnst doch sicher für gut oder nicht komm her komm her der holt immer drückt also hey schafft das nicht schon morgen der muss zu sein nicht morgen auffang so aber auch vor und wo alle Lacky, Kiss! 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 Was ist hier eigentlich? Was ist der Bohrenhof? Kann man die Bohrenhof verkoben? Lacky, Kiss! Lacky, Kiss! Aber nicht nur jetzt! Lacky, Kiss! Lacky, Kiss! Lacky, Kiss! Lacky, Kiss! Ready. Oh, hier, das die Truffel waschern so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020